Dieser schicke und äußerst praktische Ford Transit 350 L2 H2 mit Mild Hybrid könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Mild Hybrid Dieselmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Doppelschlügeltüren hinten und eine Schiebetür rechts erleichtern das Beladen. Im Laderaum gibt es einen Gummiboden und eine Seitenverkleidung. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbag, Nebellampen vorne und der Heißbahnfrontscheibe. Die Klimaanlage sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlung am Preis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst praktischen Ford Transit L2H2 Mild Hybrid Trendausstattung und seiner guten Baustattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts unterwegs passiert, hat der Wagen zwei Jahre garantiert. Auf Wunsch gerne Verlängerung. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Ziel von Sitzmann freut sich. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Ziel von Sitzmann freut sich.